Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mit dem Einzelpfiff des Schiedsrichters geben wir in die Pause. Also diese Leistung, die ist nicht schwach, die ist schlicht und einfach unterlädisch. Kein einziger Schuss aufs Tor in den ersten 45 Minuten. Elfte Eins ist rum, 0 zu 0, es kann nur besser werden. Der zweite Durchgang, der hat schon begonnen. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang. Auch wenn beide nicht getroffen haben, die Schlüsse vor dem zweiten Durchgang. Wer hielt die Konzentration länger aufrecht? Und dazwischen gegangen, genau das war Elfte. Sehr gut verlagert auf die Seite. Le Mans, da ist die Frantidisch. Volles Risiko, schöne Aktion trotzte. Eine grandiose akrobatische Leistung, fast Fußball in Vollendung. Aber zum Fußball in Vollendung gehört natürlich auch, dass die Kugel rein geht. So, nachdem der Wahl jetzt ausgegangen ist, wird jetzt wohl gewechselt. Sie bringen ihren Tempodribbler eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation für Stil. Es geht über die rechte Seite. CDB. Das ist Griezmann. So jagt man heute den Ball. Jetzt ist was möglich. Manchukic. Hier ist Berejic. Berejic. Sucht die Lücke. Und Kiki mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Das ist interessant. Die stehen weit weg vom Gegenspieler. Und ich glaube, sie tun das mit Absicht. Das sieht irgendwie körperlos aus. Warum nur? Also direkt am Gegenspieler bedeutet, du willst die Balleroberung stehst du weiter weg. Dann willst du das Spiel kontrollieren und die Passwege zustellen. Ich habe den Eindruck, das ist relativ clever. Man könnte durchaus schwanken. Und Kiki. Der kommt richtig lang. Ousmane Dembélé sucht seinen Mitspieler. Versucht den Pass da durch die Gasse. Und der Konter läuft. Versucht die Gasse zu finden. So ist seine Mitspieler. Jetzt der Sohn. Sie haben den Ballerober. Sie haben den Blick schnell umgeschaltet. Genauso musst du eure Kinder spielen. Und er bringt Verstärkung von der Wacken. Kovacic soll seine Teamkollegen jetzt natürlich mit guten Pässeflütern. Ich glaube, wir können uns auf einige schöne Pässe in die Tiefe befassen. Und damit steht es 1-0. Wir hatten Angst vor einem torlosen Unentschieden. Diese Angst ist unbegründet. Jetzt bin ich gespannt, wie dieses eine Tor diese Partie verändert. Versucht den Pass da durch die Gasse. Perisic. Das ist Modric. Sucht seinen Mitspieler. So eben gerade noch dazwischengeführt. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen. Vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal. Mit Paglisma. Das hätte das 2-0 sein müssen. Sie dürfen weiter auf den Ausgleichstreffer aus. Und das haben sie nur in ihrem Tor mit dazu verdanken. Raus auf die linke Bahn. Richtig guter Lauf da auf der linken Seite. Ob da mal was rumkommt. Und der pumpt ihn einfach hinten raus. Sucht die Lücke. Flankdorf, Flankdorf. Das ist schnitzohrig. Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rätsel ist. Also Sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen Sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbleibt. Und er läuft in die Abseitsfalle. Und er ist jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Brasalco versucht die Gasse zu finden. Der Ball kommt zu Brasalco. Achtung, ein Ball kommt. Gefahren, vorerst gewalt. Und das war's, Rote. Die Partie ist beendet. Sie haben diese Partie mit dem Knacksen aller Ergebnisse gewonnen. Am Ende können Sie sich bei der überragenden Abwehr bedanken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017